Keiner hat gesagt es wird einfach, es hat auch niemand gesagt, dass eine Mauer errichtet wird. Mit dem Vampir habe ich das fertig, oben dauert wieder zu lange, gucken wir uns doch mal diese Geisterkacke mal an. Ne, wenn ich da unten lang gehe, ist es schneller. Und, bevor ich weitermache, Moment. Weil ich habe so das Gefühl, dass gleich wieder ein Stern kommt. Bups. 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 Woops! Duh! Kommt mal an! Weißt du, was jetzt so richtig toll ist? Ich kann jetzt jeden dort bestrafen, indem ich ihn einfach aufhänge. Der Typ ist noch nicht da, aber jetzt kann ich mit Frau Almut sprechen. Wegen dem Singen in deiner Taverne. Tut mir leid, mein Liebster, aber ich kann meine Zeit nicht mit Geplapper verplempern. Bitte verstehe, dass mein Einkommen von der Anzahl meiner Lieder abhängig ist. Darüber wollte ich mit dir reden. Kann ich dich anholen? Angeheuern auch in meiner Taverne zu singen. Nun, ich könnte da noch was frei haben. Das kostet dich dann 20 Silber für die erste Show. Und wenn alles gut läuft, trete ich dann später für umsonst auf. Liebster, meine Stimme ist wertvoller als du dir vorstellen kannst. So, angeheuert. So, Frage? Nein. Ich habe das perfekte Lied. Ne, kann ich dir jetzt leider nicht mehr geben, weil Sackfresse war ja nicht mehr da. Morgen kommt der Händler. Dafür muss ich diese Gerichte... Oh Mann. Was habe ich denn hier für richtig? Weil ich brauche ja... Ne, brauche ich nicht. Omelette. Ich kriege das nicht auf Gold? Auch nicht. Auch nicht. Fleisch. Hm, Fleisch. Hm. Äh, den brauche ich nicht. Boah, ernsthaft? Den verkackten Kuchen? Puh, Traubentorte. Okay, Traubentorte kriege ich bestimmt hin. Ich habe genügend Trauben in Gold. Gebratenen Kürbis. Okay, muss ich anpflanzen. Hm, Zwiebelringe. Habe ich glaube ich auch genug. Äh, mal gucken. Ob ich überhaupt die Rezepte dafür habe? Nö. Nudeln. Käse habe ich nicht. Kohlsuppe. Na, kann ich Kohlsuppe aufwerten? Kann ich machen. Aber brauche ich glaube ich gar nicht dafür. Nüsesuppe. Kuchen. Wie brauche ich die B? Beeren und Teig? Behut, ähm, Gebäckteig. Hey, guck mal wie auf einmal alle still geworden sind, ne? Im, im, im Chat. Weil sie Angst haben, dass ich sie aufhänge, wie bei Dead by Daylight. Fischsuppe. Ähm, Brot. Haben wir hier noch. Zwiebelringe. Ähm, das ist klar. Öl habe ich auch. Toast mit Zwiebeln. Das auch. Brauche ich auch das. Kann ich damit auch machen? Toast mit Zwiebeln. Ja, kann ich auch machen. Oh, alles klar, alles klar. Produziere eine ganze Menge an Zwiebeln. Auf das ihr alle kacken müsst und furzen. Lalalalalala. Ja, er liebt es irgendwie, äh, mit seinem Avatar zu furzen, ne? Jojo. Das heißt, ich brauche wieder dieses Goldzeug, ey. Mua, das habe ich oben. Und dann muss ich Zwiebeln anbauen. Zwiebeln anbauen. Tralalala. Die trauen sich nicht mehr. Aber wir können uns ja nicht selber befreien. Es ist ein bisschen... Ja, das geht, äh, nach einer gewissen Zeit selber runter. Äh, wie lange? Keine Ahnung. Da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Glaube ich. Aber... Naja. Ich hörte bloß nur schon wieder so ein Mimimi. Mhm. Machst du gerade mit Mimimi ein Weihnachtslied? Es hört sich ganz nach Jingle Bell sein. Okay. Ja, mhm, mhm. Ah, wieder ein Mimimi. Ah, wieder ein Mimimi. Okay. Klingt mit Mimimi besser. Oi. Tipp, 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 tipp. Tipp. Genau, dieses Kuchen. Zack, 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 zack. Von wem kriege ich eigentlich die Zwiebel? Saat. Bauern unten, okay. Äh, ich glaube nicht in Gold. Ich habe zwar ein Silber, aber nicht in Gold. Dann habe ich nur drei Stück. Stimmt ja, der wertet auf. Ja, ja. Ist ja gut. Ja, das sind wenigstens fünf Spiele, die ich machen kann. So. So. Springen? Ich sehe, er springt auch wieder mit. Dann kommst du gleich wieder an den Haken. Haha. Nein, alles gut. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Kommst du an den Haken? So. Warte. Ey, Dio's Kuchen hat gefangen. Ah, ist die Scheiße. So. Mal kurz pennen gehen. Hab ich mal schon? Schon mal? Und dann gehen wir gleich zum Inquisitor. Der braucht immer wieder so lange. Och. Kommt man ja hier auch wieder nicht durch. Apropos das. Ich könnte einmal kurz... durch linkslager. Gucken wir, wie viele schon wieder da sind. Drei. Okay. Dreieinhalb. Sieht komisch aus, wie so ein dreieinhalb Typ da ist. Aber egal. Brauche ich acht. Das heißt, ich muss... Ach so, der Rest kommt hinterher. Wieso kann ich denn jetzt hier keinen Dienst bauen? Kein, kein Zell? Ja, aber ist es noch Platz für... Also. Dann mache ich mal den hier neuen Flüchtlingen. Hey, jetzt habe ich sieben. Sieben, Leute. Hey. Aufgabe erledigt. Oh, Viana ist auch mal am springen. Versuch dir Bestes. Was? Wer, 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 äh, wer war denn Mark? Geil hat man. Ah, okay. Oh, wachsett, oh, wachsett. Ei. Guck mal diese Lauferei hier. Du, 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 du. Oh, die sind noch nicht draußen. Ah, jetzt sind spätaufsteher. Hier. Ihr kennt euch untereinander, ja? Nachts? Das ist doch nicht nachts. Es ist draußen helllichter Tag, sein Sohn ist am arbeiten und du sagst, es ist nachts. Wir haben sie echt ins Hirn geschissen. Digga, jetzt komm da raus. Ich brauche was von dir. Na, endlich. Das ist jetzt Tag. Wow. Handeln. Ich brauche Powerzwiebeln. Werden eigentlich die Bronzen dann auch zu Goldenen? Die werden zu Silber. Okay. Ja, eine komische Inquisite müsste eigentlich auch schon da sein. Wenn wir ihn da auch nochmal anpupsen können. Kerrchen... Ach, Quatsch! Das ist der Händlertag. Ey, ich verwechsel die Dinger irgendwie. Na, Zimmermann, nie. Reden wir über's Geschäft. Nein, okay. Ich hab gehofft, dass ich noch mit ihm da irgendwie quatschen könnte. Königlicher Fisch, aber kann ich doch auch zubereiten, oder? Traumtortekrücke, ja, hier noch was Goldenes, nö, sehr schön Alizeo, die möchtest du auf keiner Party dabei haben, ey, wieso nicht, der Inquisito ist doch voll locker drauf, so, Schnaps, Alter, 63 mal Schnaps gesoffen, die Schweine hier, die Schnapsproduktion wird erst mal eingestellt, die trinken ja nur die viel zu viel Schnaps, ist ja unfassbar, so und zack, weil ich den ganzen Sitz hatte, blöde, äh, Zeug, warum, ähm, nimm 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 nimm, glaub ich muss Teig noch machen, für Korte, dafür brauche ich die Bärchen noch, schwösch, 힘 sich das innen, wie sie D purgetan! soprattuttoição von Schmatsch, ciß also das imGrande Nachbar des Bärchen noch de Spieler, der Iniere, die ihr bяла viel Korte, doch schön, so, �, so, Da geht nix weiter. Braten den Lachs. Ja, davon habe ich. Aber gucken. Okay, nur noch Toast mit Zwiebeln. Du bist mit Zwiebeln. Du bist mit Zwiebeln, oder? Ich mache die hier. Okay, die sind eigentlich noch schneller. Und das Öl wird mal verbraucht. Ich habe davon so viel. Ja, eine ganze Menge. Ich war da nicht hartig. Ich brauche dann fünfmal Teig. Ich habe hier noch ein Backpack da. Was ist das? Milchkrug? Fünfmal Milch. Oh. Der sieht jetzt nicht aus. Nee, der ist jetzt. Also, das musst du beides kaufen. Wem kaufe ich das? Das Ei kaufen weiß ich ja. Die Milch links dort. Ja, ich brauche genau fünf Eier. Danke. Kann ich nur mit dem Handling, wenn er draußen ist? Oder ist das so wie mit den Eiern? Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Äh, nee, das ist hier der Imker. Äh, da ist die. Ich glaube, ich muss mit jemandem reden. Oder kann ich rüberspringen und selbst bewegen? Guck mal, der ist eine Kakaokuh. Warum hast du das gemacht? Wenn du dich nicht eingemischt hättest, hätte ich diesen Blutsauger fertig gemacht. Oder er hätte dich mit Haut und Haaren verspeist. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Versprochen. Gut, er hatte keine Chance. Du hast ja gesehen, dass er vor Angst taub geworden ist. Okay, lassen wir ihm mal glauben. Irgendwo ist er doch hier. Uh, wo bist du? Wagner, wo bist du? Hi. Oh, äh, bleib wo du bist. Ich habe ein Schwert. Ruhige dich, ich bin es, Wagner. Was ist mit dir passiert? Die Fliegenpilzinfusion. Anscheinend gab es da ein paar Nebenwirkungen. Ich habe das tollste Lied der Welt geschrieben, aber je tiefer ich meine Seele erforschte, umso mehr wurde ich hierzu. Und als ich das Lied fertig hatte, sah ich so aus. Frau Armut würde mich nie lieben. Oh, Wagner, das tut mir so leid. Aber es war es wert. Wieso kommt eine Wache? Hier ist das Lied. Wer ist da? Hey, ich habe das Liedtext. Hey. Hey, ein Monster will den armen Kerl umbringen. Nein, wir gehen doch nur. Schnapp ihn dir. Lass mich los. Ich bin der Sohn des Kommandanten. Bringen wir ihn zum Burgfeste. Der hat Hörnchen bekommen. Er ist der Teufel. Muss ich ihn jetzt auch noch retten? Nein? Gut. Habe ich irgendwie keine Veranlassung zu. Nein, 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 nein. Könnte es jetzt bitte hell werden? Du musst aber zubereiten. Ah, seht ihr? Ich habe meinen Römertopf wiedergefunden. Das heißt, ich kann bald ansetzen.